Wir verbringen über 90% unserer Zeit in geschlossenen Räume. Sei das zu Hause, unterwegs, im ÖV oder im Auto oder natürlich auch beim Job. Und gerade beim Job hat ja in den letzten Monaten das Homeoffice stark Einzug gehalten und so verbringt der eine oder andere von uns zusätzlich viel Zeit zu Hause. Tageslicht ist ein wichtiger Faktor für unsere innere Uhr, für unseren Biorhythmus und damit den Schlaf-Wach-Rhythmus. Zudem ist erwiesen, dass Tageslicht einen positiven Einfluss auf Konzentrations- und insbesondere bei den Kindern auf die Lernfähigkeit hat. Dachfenster eigen sich hervorragend, um Licht und Luft in Ihr Dachgeschoss zu bringen. Ein Fenster im Dach hat beispielsweise einen dreifach höheren Lichteinfall als ein vergleichbares Fassadenfenster. Zudem kann man das Dachfenster gerade im Sommer dazu brauchen, um die Nachtauskühlung sicherzustellen. Das heisst, dass die steigende Wärme im Haus durch das geöffnete Dachfenster einfach entweichen und damit zu der Kühlung des Hauses beitragen kann. Dachfenster 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 Dachfenster